Agnes und der Traumschlüssel Das ist eine Sommergeschichte, die spielt in Finnland. Da kannte ich noch nicht so richtig viele Geschichten her, jedenfalls nicht im Kinder- und Jugendbuchbereich. Aber die hat mir super gut gefallen. Und zwar geht es um die elfjährige Agnes, die mit ihrer Mutter aus Helsinki wegzieht nach Harmala, ein winzig kleines Örtchen. Dort nimmt ihre Mutter als Journalistin einen Job an, bei der Tageszeitung. Und mit dem Sohn ihres Chefs, mit dem freundet sie sich relativ schnell an. Er nennt sich Muffin, das ist ein Spitzname, den sein Vater ihm verpasst hat. Und mit Muffin gemeinsam erkundet sie immer und immer wieder diesen kleinen Ort Harmala. Als sie auf einem Friedhof unterwegs sind und dort einfach, weil sie da entlang spazieren, begegnet sie einem Grabstein, auf dem steht ausgerechnet genau ihr Name. Ihr Name steht auf diesem Grabstein und wer auch immer da gelegen haben soll, hat genau auch nur einen einzigen Tag gelebt. Das findet Agnes so merkwürdig und so gruselig, dass sie nachforschen möchte, was genau mit diesem Kind passiert ist. Und unabsichtlich tritt sie damit eine Geschichte los, die auch ihre Vergangenheit aufklärt. Es ist eine so schöne Sommerdetektivgeschichte. Lest es einfach. Es ist wirklich richtig spannend und super schön. Viel Spaß damit.